Urdhvo-Tanasana ist die aufgerichtete Dehnübung, mit anderen Worten die stehende Vorwärtsbeuge. Im Stehen hebe die Arme nach oben und beuge dich nach vorne und fass mit den Händen entweder um die Füße oder um die Fußgelenke oder die Waden. Tana heißt Dehnen, Uttana heißt intensives Dehnen und Urdhvo-Tanasana bedeutet, dass du aufgerichtet bist und von hier aus dich intensiv dehnst. Urdhvo-Tanasana ist damit eine andere Bezeichnung für Padahastasana, die stehende Vorwärtsbeuge. Mehr zu dieser Stellung und ihrer Variationen findest du auch in dem Stichwort stehende Vorwärtsbeuge auf wiki.yoga-vidya.de, auch in der Yoga-Vidya-App sowie auf www.yoga-vidya.de. Wenn es dir gefällt, klicke einfach auf Daumen hoch oder gefällt mir, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es in die Kommentare. Daniel, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Yoga. Vielen Dank.